Wen kennt man auch als Fresh Prince of Bel-Air? Ah ja, hier Ding. Ich kenne noch den Namen. Der hat auch in Bad Boys mitgespielt. Ja, genau der. Wie heißt der nochmal? Er hat sich jetzt vor kurzem auch bei den Oscars ein bisschen was erlaubt. Ja, genau. Ja, klar. Er hat eine Schelle gegeben. Ja, klar. Ach man, 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 man. Will Smith. Okay, sehr gut. Doch noch drauf gekommen. Wie nennt man die Schnur eines Pfeilbogens? Die Sehne. Sehr gut, ja. Vollkommen richtig. Wie heißt die Gewichtseinheit von Diamanten? Karat. Ausgezeichnet. In welchem Jahr wurde die Firma Apple gegründet? Das erste iPhone wurde 2007 vorgestellt und ich glaube gegründet, haben ja früher schon Computer gemacht, also ich glaube so 1998 vielleicht. Na, das ist doch noch ein Stück früher. Dann war es 1989. Tatsächlich war das schon 1976. Oh, das ist wirklich früh. Was versteht man unter einem Hämatom? Einen blauen Fleck. Perfekt, ausgezeichnet. Dankeschön.